hallo liebe leute und willkommen zu einem neuen video beim simson doktor jetzt gibt es hier den zweiten teil zum langtuning evo lenkkopf lager und zwar einbau der ganzen geschichte ich mache das video vor allem deswegen weil das ganze nicht so einfach ist wie sich vielleicht darstellt ihr braucht nämlich spezialwerkzeug ohne das geht es einfach nicht also hier noch mal kurz das lager das kugel lager habe ich nur zum einpress hilfe erst mal verwendet das ist kaputt aber hier das lager ist wie gesagt hier diese die rollen kugel lage die sind schon mal super dann hier das ist vom alten hier ist die alte krone sozusagen und der rest ist inzwischen verbaut die einfachste sache hier das untere lager lässt sich relativ leicht aufsetzen man braucht allerdings heißluft hier heißluft fan den braucht ihr oder normalen fön vielleicht der recht gut ist auf jeden fall um hier das lager selbst den lagersitz heiß zu machen und dann könnte es hier drauf schieben das geht halbwegs einfach richtig kompliziert wird es allerdings dann hier bei den großen lagerschalen die obere die ging hier so halbwegs ich konnte sie mit hilfe von so einem holzkeil und einem kunststoffhammer überreden in diesen lagersitz rein zu gehen den sitz habe ich vorher sehr gut penibelst sauber gemacht mit schleifpapier noch die farbreste entfernt so dass wirklich maximale breite möglich war dann ließ es sich einsetzen denn diese lager hier die sind so ein bisschen übermaßhaltig habe ich so das gefühl oder das lenkkopfrohr hier ist ein bisschen unter maß wie auch immer jedenfalls das ging sehr schwer rein und unmöglich war es dann beim unteren das untere kriegt ihr einfach so nicht rein ich habe es erst probiert mit heiß machen das den lagersitz mit eisspray vereisen und dann mit sanften schlägen überreden aber keine chance das ging einfach gar nicht daher musste ich mir hier dieses spezial werkzeug bauen da habe ich eine m12 gewindestange verwendet das hier ist allerdings die meine persönliche ewo version denn ich habe zuerst hier diese gewindestangen verwendet ich habe erst mal mit m10 angefangen aber bei m10 war leider gar nichts zu machen dann bin ich zum baumarkt gefahren und habe mir gewindestangen eben diese hier in m12 geholt dann noch eine in m12 und noch eine in m14 jeweils mit fetten beilagscheiben die m14 hat sich jetzt allerdings als zu fett herausgestellt denn die beilagscheiben müssen direkt hier drin aufliegen die haben einen durchmesser von 38 das habe ich im messschieber gerade festgestellt 38 und sind relativ dick also ich habe auch zwei beilagscheiben übereinander genommen damit die sich ja nicht verbiegen also haben wir hier zwei millimeter metallstärke noch zwei muttern vom von der m14 mit aufgesetzt damit es von der länge her hinhaut und denn diese gewindestange hier ist nicht durchgängig sondern nur bis ungefähr hierher das ist so 20 cm länge insgesamt also damit geht es ganz gut und ich denke wenn man beide lager auf einmal einsetzen will oder beide lageschalen dann braucht man auch diese 20 zentimeter länge und hier unten eben auch zwei beilagscheiben eingesetzt und eine schraube drauf so eine mutter drauf und unten ging das wirklich sehr sehr schwer einzusetzen ich habe hier immer wieder mit schlägen vom kunststoffhammer nach geholfen denn diese buchse will sich immer entweder nach links oder nach rechts oder nach vorne und hinten irgendwie schief einziehen da ist leider keine richtige zentrierung hier in meinem bastelwerkzeug aber ich habe es verglichen mit den normalen einziehspindeln die im profibereich verwendet werden die sehen letztlich genauso aus da gibt es aber auch keine zentrierung also da muss man einfach ein bisschen nachhelfen und ich habe dann immer wieder heiß gemacht im heißluft fön hier außen den lagersitz heiß gemacht damit da ein bisschen mehr material zur verfügung stand oder ein bisschen sich geweitet hat das ganze und dann immer wieder nachgeklopft angezogen wieder nachgeklopft wieder heiß gemacht wieder angezogen wieder ein bisschen nachgeklopft und letztlich war das ding jetzt hier drin das lager einsetzen jetzt ist kinderspiel denn hier unten ging es ja leicht rein also im endeffekt nur alles einfädeln lager rein oben eine mutter drauf und fertig das ganze aber wie gesagt hier diese lagerschalen einzuziehen das ist gar nicht einfach da müsst ihr euch unbedingt dieses werkzeug hier bauen denn ohne ist wirklich nicht möglich ja das war auch schon das was ich euch heute gezeigt haben wollte ansonsten freue ich mich tierisch auf dieses lager auf dieses lenkopflager ich hoffe es ist viel viel besser als das originale aber das ist ja auch nicht schwer genau soweit für heute ich freue mich wenn es euch gefallen hat lasst mir doch bitte ein abo oder like da und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann und macht's gut ciao